Guten Tag, liebe Schachfreunde. Mein Name ist Eugen Grinis. Herzlich Willkommen bei der Eugen Grinis Schachschule. Diesen Video-Unterricht habe ich angreifen mit Paul Morphy genannt. Paul Morphy war der beste Schachspieler der Welt in der Mitte des 90. Jahrhunderts. Er hat alle besten Spieler seiner Zeit besiegt und blieb selbst unbesiegt. Leider gab es damals noch keinen Schachweltmeistertitel, aber Morphy gilt als Schachkönig ohne die Krone. Heute möchte ich zusammen mit Ihnen eine Partie von Morphy analysieren und nicht nur Ihnen die Partie vorspielen, sondern eben die Partie bearbeiten. Und das bedeutet, dass ich erwarte von Ihnen eine Zusammenarbeit, die in Ihrem eigenen Interesse ist. Ich werde Ihnen an bestimmten Stellen Fragen stellen. Um diese Fragen zu beantworten, sollten Sie das Video pausieren und versuchen, die richtige Lösung zu finden. Ich werde danach die richtige Lösung zeigen bzw. erklären, was in der Stellung für Weiß oder Schwarz besser war und warum. Auch wenn Sie nicht die richtige Antwort finden, ist es nicht so schlimm, denn diese Zusammenarbeit bestimmt sehr nützlich für Sie sein sollte, im Sinne Ihrer Spielstärke zu verbessern. Also, die vorliegende Partie wurde in Chicago 1857 gespielt. Paul Morphy spielte mit Schwarz gegen Louis Paulsen, ein starkes Schachspieler seiner Zeit. Louis Paulsen ist bekannt für seine Paulsen-Variante in der sizillianischen Verteidigung. E4, E5, Springer F3, Springer C6, Springer C3, Springer F6. Diese Eröffnung heißt 4-Springer-Spiel. Läufer B5, das ist eine gute theoretische Fortsetzung. Oft kann man beobachten, dass Schachspieler verschiedene Spielstärken, die nicht so gut die Eröffnungstheorie kennen. In dieser Stellung Läufer C4 spielen. Jetzt kommt meine erste Frage. Warum Läufer C4 nicht besonders gut ist? Wie kann Schwarz diesen weißen Zug beantworten? Ich gehe davon aus, dass diejenigen von innen, die es wollten, schon das Video pausiert haben und gehe sofort weiter. Hier kann Schwarz vorübergehend seinen Springer opfern. Mit dem Zug Springer schlägt E4. Wenn Springer schlägt E4, dann folgt der Bauernzug D5 mit einer Bauerngabel. Zum Beispiel Läufer schlägt D5, Dama schlägt D5 und Schwarz hat bessere Stellung. Er hat das Läuferpaar, da weiß seinen Läufer C4 gegen den Springer umgetauscht hatte und Schwarz besitzt einen Zentrumsbauern E5, was weiß nicht hat. Also steht Schwarz hier besser, wegen der weißen Ungenauigkeit Läufer C4. In der Partie hat Paulsen Läufer B5 gespielt. Morphe spielte hier Läufer C5 und Weiß antwortete mit der Rachade. Frage Könnte Weiß hier einen Bauern gewinnen? Zum Beispiel Läufer schlägt C6, D schlägt C6, Springer schlägt E5. Wie sollte Schwarz hier am besten fortsetzen? Die richtige Antwort lautet Läufer schlägt F2. Wenn König schlägt F2, dann Dama D4 schlägt. König F1, Dama schlägt E5. Und Schwarz steht mindestens nichts schlechter, denn Weiß nicht mehr regieren kann. Läufer Chсе ist 1,2-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-4-4-3-3-4-3-4-4-4-4-5-4-3-4-4-4-4-4,5-4-4-4! für Schwarz schon gesehen hatten. Das heißt, nach Springer schlägt D5, D4, eine Bauerngabel. Zum Beispiel, nach Läufer D6 gibt es sogar E4, Springer G4, E5, mit einem leichten Vorteil für Weiß. Aber Morphy hat den Springer E5 nicht genommen und spielte stattdessen Turm E8. In der Partie hat Paulsen den Springer C6 geschlagen. Aber etwas besser war Springer F3 gewesen. Zum Beispiel Springer schlägt D4, Springer schlägt C3, B schlägt C3, Läufer F8. Hier steht Weiß etwas besser, wegen des Zentrumsvorteils und der Chancen auf den Königsflügel. Zum Beispiel, Läufer D3, Springer G5 und so weiter. Springer schlägt C6. Frage. Wie hat hier Morphy geantwortet? B schlägt C6 oder D schlägt C6? B schlägt C6 ist schlechter. Obwohl, Schwarz schlägt nach dem Regel Richtung Zentrum, aber das ist schlechter und Morphy spielte D schlägt C6. Dieser Zug ist besser, weil er zur schnelleren Figurenentwicklung des Schwarzen beiträgt. Läufer C4. Frage. Soll Schwarz jetzt den E4-Bauern zurücknehmen oder hat Morphy hier anders gespielt? Springer schlägt E4. Springer schlägt E4. Weiß gewinnt mindestens einen Bauern. Läufer schlägt F7. König schlägt F7. Springer schlägt E4. Und sehr schlecht wäre hier Turm schlägt E4. Nach Dame F3 Schach gewinnt Weiß die Qualität und hat noch einen Mehrbauern dazu. Deshalb Springer schlägt E4. Hat Morphy nicht gespielt. Sondern B5. Läufer E2 wurde gespielt. Nach Läufer B3. Läufer G4. Dame E1. E1. B4. Springer D1. Springer schlägt E4. Steht Schwarz aktiver. Und hat bessere Stellung. Läufer E2 ist besser als Läufer B3. Weiß deckt das Feld G4. Springer schlägt E4. Springer schlägt E4. Frage. Was wäre nach Läufer F3? Wie würde Schwarz fortsetzen? Läufer F3 ist ein grober Fehler. Schwarz schlägt mit dem Springer auf F2. Turm schlägt F2. Turm schlägt F2. Und hier nicht Läufer schlägt F2. Sondern Dame D4. Wenn Dame F1. Dann Dame schlägt F2. Schach. Dame schlägt F2. Und Turm E1. Mat. Läufer G4. Läufer G4. Läufer F3. Und Turm E8. schlägt. Und Schwarz gewinnt. Das wäre nach dem Fehler Läufer F3. Poulsen spielt aber. Springer schlägt E4. Turm schlägt E4. Jetzt spielt Poulsen Läufer F3. Da hier keinen Springer-Schlägt F2 gibt's. Turm E6. Hier eine wichtige Frage. Wie würden Sie hier als Weißer fortsetzen? Wählen Sie aus den zwei Möglichkeiten D3 oder C3. C3 mit der Idee D4 oder D3. Diejenigen von innen, die D3 gespielt hätten, haben Recht. Diesen bescheidenen Zug mit der Idee C3 und D4 wäre die richtige Entscheidung gewesen. Aber Louis Paulsen wollte schneller zu D4 kommen und spielte C3. Warum ist C3 schlechter als D3? Das ist die nächste Frage. Wie soll Schwarz antworten? Wie hat Morphy C3 beantwortet? Dame D3. Mit den Zügen Läufer F3 und vor allem C3 hat sich Weiß ein Loch auf D3 geschaffen. Und bevor es zu D2-D4 kommen könnte, nimmt die schwarze Dame das schwache Feld D3 auf. Und die Dame ist von diesem Feld schwer zu vertreiben. Außerdem der Läufer C1 und der Turm A1 bleiben vorerst unentwickelt auf der ersten Reihe stehen. Paulsen sollte sich hier verkrampft fühlen und spielte B4. Besser war aber Turm E1. Zum Beispiel Turm schlägt D1 Schach. Dame schlägt D1. Läufer D7. Dame F1. Dame C2. D4. Mit ungefähr gleichem Spiel. Aber B4 wurde gespielt. Läufer B6. Der schwarze Läufer bleibt natürlich auf der Diagonale A7 G1, wo er sehr aktiv steht. Paulsen spielte A4. Mit der Idee A4, A5. Aber B4 war hier immer noch Turm E1. A4. B6. 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 Schwarz soll den Bauern mit dem Läufer verteidigen. Frage. Wie würden Sie hier fortsetzen? Wählen Sie bitte aus zwei Möglichkeiten. Läufer D7 und Läufer B7. Frage. Wie würden Sie entscheiden? Wie hat hier Morphe gespielt? Morphe hat Läufer D7 gespielt. Und das ist ein Fehler. Obwohl Morphe diese Partie gewonnen hat, dieser Zug ist fehlerhaft. Weil nach diesem Zug könnte Weiß sogar die bessere Chancen bekommen. Weiß will die schwarze Dame vertreiben. Das kann er reichen mit Dame A6. Und nach Dame schlägt A6, Turm schlägt A6, Turm A E8, Turm A1, Turm E1, Läufer A3. steht Weiß deutlich besser. Schwarz hat sehr schlechte Bauernstruktur im Endspiel. Zum Beispiel, Turm schlägt A5, A5, D4, A schlägt B4, Läufer schlägt B4. Und Schwarz hat zwei isolierten Doppelbauern und sein Läufer ist eingesperrt. Und das nach Läufer D7, was gespielt wurde, war der Fall. Läufer B7, ist besser. Schwarz verhindert den Zug Dame A6. Und zum Beispiel, Turm A2, Turm A E8, Dame D1, Läufer A6. Und Schwarz gewinnt die Qualität. Turm schlägt A6, Dame schlägt A6, D4, Dame C4, Läufer D2, A5. Und Schwarz steht besser. Mit einem Qualität mehr. Aber Morphe hat Läufer D7 gespielt. Paulsen hat die Möglichkeit, Dame A6 nicht benutzt. Und spielte Turm A2. Er wollte mit dem nächsten Zug, Dame C2, die schwarze Dame vertreiben. Und sich befreien. Frage. Wie würden Sie hier als schwarze Fortsetzen? Wie hat hier Morphe gespielt? Spielte er vielleicht Turm G6? Mit der Idee, Dame schlägt F3. Oder spielte er etwas anderes? Nach Turm G6 könnte Weiß sogar Dame C2 spielen. Und wenn Dame schlägt F3, dann Dame schlägt den Turm. Hier hat Schwarz aber die Möglichkeit, Dame schlägt F2 spielen. Turm schlägt F2, Läufer schlägt F2, König schlägt F2, H schlägt G6. Und nach D4 hat Weiß die besseren Chancen im Endspiel. Weil die Bauernstruktur von Schwarz katastrophal ist. Aber wie hat Morphe hier gespielt? Es droht damals schlägt der Feinsschach und Turm E1 mat. Und in dieser schwierigen Situation wurde Paulsen gezwungen, den Zug Dame A6 zu finden. Aber leider ein Zug zu spät. Dame A6 verteidigt den F1-Turm auf Röntgenweise. Diese Methode kann man heutzutage oftmals beobachten in Partien von Magnus Carlsen. Das soll man sich merken. Das ist jetzt... Und kommen wir ein bisschen zurück zu dieser Stellung. Warum hat Morphe Turm A8 gespielt? Morphe war seiner Zeit voraus, weil er wusste, wie man richtig angreift. Er begann seinen Angriff nur dann, nachdem er alle seine Kräfte entwickelt hatte. Und deshalb beginnt er keinen Angriff wie Turm D6, wenn er so eine unentwickelte Figur wie Turm A8 hat. Er bringt seinen Turm A8 ins Spiel. Und das soll man von Morphe lernen. Deshalb heißt dieses Video Angreifen mit Paul Morphe. Hier wurde Dame A6 gespielt. Und hier die Frage. Das ist jetzt der entscheidende Moment dieser Partie. Wie würden Sie hier fortsetzen? Wie hat Morphe gespielt? Es reicht nicht, hier nur einen Zug fortzuschlagen. Man soll möglichst alle Varianten bis zum Partieende berechnen. Und dabei alle Verteidigungsmöglichkeiten vom Weiß berücksichtigen. Wenn es für Sie schwierig ist, können Sie einfach die Partie genießen. Manchmal, wenn man Partien von Morphe nachspielt, kann man nicht nachvollziehen, woher seine Kombinationen erscheinen. Was hat Morphe in dieser Partie gemacht? Er hat einfach alle seine Figuren entwickelt. Und dabei die Entwicklung der gegnerischen Kräfte verhindert. Und überraschende Weise reiht das für eine schöne Kombination. Und zwar für ein Damenopfer. Dame schlägt F3. G schlägt F3. Türm G6. Schach. König. H1. Wie geht es weiter? Natürlich. Läufer H3. Es droht Läufer G2 Schach. König. G1. Und Läufer schlägt F3. Mat. Jetzt hat weiß drei Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Das sind. Türm G1. Türm G1. Türm D1. Und Dame D3. Diese drei Möglichkeiten musste Morphe berücksichtigen, bevor er Dame F3 geschlagen hat. Als erstes schauen wir uns den Zug Turm G1 an. Frage. Wie soll hier Schwarz spielen? Schwarz hat hier zwei Gewinnzüge. Türm schlägt G1 Schach. König schlägt G1. Türm E1 Schach. Das ist ein Schach, weil weiß kann hier Dame F1 spielen. Und danach Türm schlägt F1 Mat. Der zweite Gewinnweg ist Läufer G2 Schach. Türm schlägt G2. Türm E1 Schach. Türm G1. Türm schlägt G1 Mat. Es könnte auch der andere Turn gewesen wären. Türm G1 Mat. Das war nicht schwer nach Türm G1. der andere Möglichkeit von weiß. Dame D3. Das ist ein schlauer Zug. Weiß will den Türm G6 schlagen, sobald er Schach setzt. Nach Dame D3 musste Morphy den einzigen Gewinnzug sehen. Schauen wir mal zum Beispiel. Läufer G2 Schach. König G1. Läufer F3 Schach. Und hier Dame schlägt G6. H schlägt G6. D4. Und weiß steht auf Gewinn. Er hat eine Qualität, eine Qualität für einen Bauern. Und steht auf Gewinn. Deshalb in dieser Stellung musste Morphy den einzigen Gewinnzug F5 sehen. Zum Beispiel Dame C4 Schach. Und hier nicht König H8. Nach König H8 spielte weiß hier Dame F7. Und es gibt kein Schach mehr. Und Schwarz gewinnt. Und Schwarz gewinnt. Der König deckt das Feld F7. Und es gibt kein Schach mehr. Und Schwarz gewinnt. Und die dritte weiße Möglichkeit in dieser Stellung. Turm D1. So hat Louis Paulsen gespielt. Der Turm macht dem König das Feld F1 frei. Morphy spielte Läufer G2 Schach. König G1. Läufer schlägt F3 Schach. König F1. Frage. Wie sollte Schwarz hier am besten fortsetzen? Leider zeigt uns unser kleiner Schachcomputer diesen Zug vor. Turm G2. Mit der Drohung Turm schlägt H2 und Turm H1 matt. Wenn Dame D3. Dann gibt es Turm schlägt F2 Schach. König G1. Turm G2 Schach. Wenn hier König H1. dann Turm G1. Dann Turm G1. Mat von dem Läufer und von dem Turm gleichzeitig. Und wenn König F1. Schatz. Dann Turm G1. Mat. Aber überraschende Weise hat Morphy den Zug Turm G2 nicht gefunden. Aber er spielte auch gut. Läufer G2 Schach. König G1. Frage. Hier gibt es einen Zug, den Morphy nicht ausgeführt hat. Aber unser kleiner Schachcomputer sieht. Was ist das für eine Variante? Läufer E4. Schach. König G1. Was jetzt? Der Computer sieht alles. Läufer F5. Das ist ein Computer Zug. Dieser Stille Zug führt zu Mat. Diese Möglichkeit hat Morphy wahrscheinlich übersehen. Ich meine Läufer E4 und Läufer F5. Morphy hat hier Läufer H3 Schach gespielt. König H1. Und Morphy hat einfach wie ein Mensch gespielt. Läufer schlägt F2. Jetzt droht Läufer G2 Mat. Und Paulsen wurde gezwungen, Dame F1 zu spielen. Es gab keine andere Verteidigung. Läufer schlägt F1. Läufer schlägt F1. Turm schlägt F1. Schach. Und wie wir sehen, hat Schwarz zwei Mehrbauern. Und das sind sogar Freibauern. Deshalb hat er ein gewonnenes Hinspiel. Frage. Wie hat Morphy hier gespielt? Morphy zieht mit seinem Turm auf die vorletzte Reihe. F1. Das ist der beste Zug. Turm E2. Jetzt ist der Bauern D2 gefesselt und D2 D4 geht nicht. Wegen der Fesselung. Damit kommt der C1 Läufer nicht ins Spiel. Also der Turm auf die siebte Reihe von Schwarzen gesehen ist fast immer ein guter Zug. Turm auf der offenen Linie und danach, wenn möglich, Turm auf die siebte Reihe. Turm A1. Was macht Morphy? Er greift das schwache Feld H2 an. Turm H6. Der E2 Turm greift das Feld H2 auch. Röntgenweise. Springt der Läufer ab, wird es sehr düstern für Weiß. Endlich kann Weiß D4 spielen. Und der Läufer greift den Turm H6 an. Sehen Sie den nächsten Zug vom Schwarz. Natürlich spielt Morphy Läufer E3. Es droht Turm schlägt H2 matt. Weiß. Weiß gab hier auf. Es könnte folgen. Läufer schlägt G3. Turm schlägt H2 Schach. König G1. Ger間 gegen G3. Läufer schlägt G2 matt. Mit dieser macht Stellung muss man kennen. Zwei Türme auf der vorletzten Reihe und wenn dieses Feld besetzt ist, manchmal oder oft mit dem Turm, weißen Turm, dann ist das so ein Mat. Damit kommt dieses Video zum Ende. Ich hoffe, es war nützlich für Sie, besonders wenn Sie sich aktiv an diesem Video teilgenommen haben. Wenn nicht, hoffentlich haben Sie auch etwas dazugelernt und Spaß gehabt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.